Hallo und Servus bei Monaco und Rücks, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, die Fashion Week in Berlin besteht nicht nur aus dem großen Mercedes-Benz Fashion Week-Zelt, sondern ganz, ganz, ganz vielen Off-Locations. Und heute nehme ich euch mit zu Lina Berliner, eine innovative Designerin, die diesmal auch was für Männer hat. Ein Mix aus Fashion und Taschen. Präsentiert wird es heute in einer ganz speziellen Location, hier im Hilton Hotel, in der Lobby, einmalige Kulisse und auch mit einer Tanz-Performance und Live-Musik. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Video einen kleinen Mitschnitt der Show mitzeigen. Ich hoffe, ich kann euch inspirieren, die Off-Site-Locations der Berlin Fashion Week zu besuchen, denn sie sind ein absoluter Geheimtipp und zeigen die ein oder anderen Neuerungen oder Innovationen sowie kreative Ideen, die es in der Fashion-Welt gibt. Musik Wieder frei Die ganze Welt kommt gern zu mir Berlin, Berlin Ich kann dich anders wohl So glücklich sein und froh, wie hier bei dir, Berlin, Berlin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.